Goldman Sachs, eine Investmentbank, bekannt wie wohl keine andere. Erfolgreich, mächtig und ertragreich. Die wohl bekannteste und größte Bulge-Bracket-Investmentbank der Welt. Der Mann, der diese Investmentbank seit 2018 leitet, heißt David M. Solomon. Und im heutigen Video möchte ich ja sagen, wie ein Mann, der bei einem wichtigen Deal-Closing in einer Jogginghose und einem roten Jackett auftauchte und gleichzeitig auch noch ein ganz erfolgreicher EDM-DJ ist, zum CEO der wohl bekanntesten Investmentbank der Welt wurde. Ganz kurz noch, bevor das Video komplett losgeht. Das hier ist ein Startschuss von einer neuen Reihe, und zwar von der Reihe Pumpkin Game Changers. Falls du es nicht mitbekommen hast, Karrierefreund, wir haben am Wochenende ein großes Rebranding gemacht und treten ab sofort unter der Brand Pumpkin auf. Einfach unter dem Aspekt, weil der Name Karrierefreund irgendwie so ein bisschen suboptimal ist, zum einen für spätere Internationalisierung irgendwann mal. Dann ist da natürlich auch ein bisschen ein sehr maskuliner Touch bei diesem Name dabei und wir haben uns gedacht, je früher, desto besser. Deshalb treten wir ab sofort unter Pumpkin auf. Und mit Pumpkin, wir haben nicht nur eine neue Website, die kannst du sehr gerne mal unten in der Beschreibung abchecken, sondern wir haben dort auch einen neuen YouTube-Kanal, wo wir euch Videos wie dieses mehrfach pro Woche zur Verfügung stellen werden. Also super recherchierte Inhalte zu bedeutenden Persönlichkeiten. Dazu ist zum Beispiel jetzt dieses Video hier heute der Startschuss, Pumpkin Game Changers, oder wo wir euch Unternehmen vorstellen. Jetzt gerade ist auf dem Pumpkin-Kanal das erste Video veröffentlicht worden, wo ich euch die Entstehungsgeschichte von Goldman Sachs passend zu diesem Video hier vorstelle. Wir werden euch dort ein paar Einblicke geben in verschiedene Branchen, in die wichtigsten News und so weiter. Sprich, check unbedingt direkt mal den Pumpkin-YouTube-Kanal ab. Den Link dazu findest du ebenfalls in der Beschreibung und ich verlinke ihn dir auch hier irgendwo da oben. Nur, dass du das weißt und direkt auf Abonnieren klickst, glaub mir, du wirst es nicht bereuen. Von dem her weißt du da jetzt Bescheid und wir können weitermachen mit der Geschichte von David M. Solomon. Also, David, mein Namensvetter sozusagen, ist geboren 1962 und wuchs in New York in wirklich sehr bürgerlichen Verhältnissen in Scarsdale auf. Er arbeitete während seiner Schulzeit bei einem Baskin-Robbins und war Camp-Counselor bei einem Highschool-Summer-Camp. Er war also ein sehr engagierter junger Mann und nicht nur in der Schule beschäftigt, sondern hat sich nebenher bereits in jungen Jahren etwas Geld hinzuverdient. Nach seiner Schulzeit studierte er am Hamilton College den Bachelor of Arts in Political Science and Government. Das ist wieder mal ein gutes Zeichen dafür, dass du nicht unbedingt BWL studiert haben musst, um im Investmentbanking beispielsweise einzusteigen. Während seiner Universitätszeit war er Mitglied bei Alpha Delta Phi, also eine Studentenvereinigung. Und, das ist jetzt wirklich interessant, nach dem College hat er sich bei Goldman Sachs für eine Analystenstelle beworben, wurde dort jedoch zunächst abgelehnt. Und als Konsequenz darauf, nachdem er bei Goldman Sachs nach seinem Studium keinen Job bekommen hat, ging er dann als erste Station nach seinem Studium zum sogenannten Irving Trust, den er dann rückblickend oft auch als Graduate School at the Bank bezeichnete. Danach wechselte er zu Drexel Burnham, das war in 1986, und arbeitete dort sehr viel mit sogenannten Chunkponds. Auch dazu beispielsweise, was genau sind Chunkponds, wird auf unserem Pumpkin-Kanal demnächst mal irgendwann ein Video kommen, wo wir solche Begriffe auch ein bisschen in detail erklären werden. Danach, Anfang der 1990er Jahre, wechselte er zu Beer Stearns und wechselte dorthin direkt als Leiter der Junkponds Division. Und, das ist ganz interessant, dort hat er dann parallel bei irgendwelchen Networking-Events einige Managing Directors von Goldman Sachs kennengelernt und wechselte dann 1999, wo er 37 Jahre alt war, zu Goldman Sachs und wurde dort dann direkt auch Partner. Nach mehreren Stationen bei Goldman Sachs leitete er dann von 2006 bis 2016 die Investment Banking-Division von Goldman Sachs. Er hat sich während seiner Zeit bei Goldman Sachs auch als sehr harter Geschäftsmann präsentiert. Er hat zum Beispiel bei Jahresabschluss-Meetings oftmals die Führungskräfte mit wirklich sehr fiesen Fragen so ein bisschen malträtiert, um da wirklich herauszufinden, wer ein wirklicher quasi A-Mitarbeiter sozusagen ist und um Underperformer, die quasi seinen Fragen sozusagen nicht gewachsen sind, die irgendwie den Job nicht so gut gemacht haben, wie er es von ihnen erwartet hat, auch aus der Firma zu klicken. Also es war jetzt wahrscheinlich nicht immer die allerangenehmste Arbeitskultur, aber er hatte damit definitiv Erfolg mit diesem Führungsstil, denn unter seiner Führung verdoppelte sich die Marge von Goldman Sachs im Investment Banking von 11% auf 22% und die Verkäufe erhöhten sich um 70%. Ja, als Folge wurde er dann 2016 Co-COO, war dort dann zwei Jahre im Amt und wurde dann eben danach 2018 zum CEO befördert. Da ist so ein bisschen die Geschichte von David M. Solomon bis zum heutigen Tag, so meinem sehr schnellen Zeitraffer. Einige Quellen findest du natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Und jetzt wollen wir vielleicht mal noch ein bisschen darüber sprechen, wie er sich denn als CEO so gibt. Also was man natürlich zum einen, denke ich mal, kann man einige Aspekte aus seinem vorherigen Führungsstil jetzt immer noch präsentieren, dass er immer noch sehr darauf bedacht ist, Underperformer wegzubekommen sozusagen und nur die allerbesten Leute zu heiern. Und was ganz interessant ist, er scheint der Meinung zu sein, dass Informatiker sehr wichtig sind. Weil eine Sache, die er implementiert hat, sind höhere Gehälter für Informatiker. Eine zweite Sache, die er gelockert hat, sind beispielsweise der Dresscode. Also davor war bei Goldman Sachs der Dresscode noch etwas strenger. Das ist vielleicht auch eine ganz lustige Story über ihn, was ich am Anfang gesagt hatte. Und zwar ist er beim IPO von Lululemon, hat er dadurch überzeugt, dass er quasi wirklich in einer Jogginghose, ich nehme mal schon stark an, von Lululemon und einem ganz roten Jackett zum Pitch kam und hat damit dann etwas Überraschendes sozusagen gezeigt und damit die anderen Leute von ihm quasi überzeugt. Sprich, er ist jetzt jemand, der nicht immer komplett konservativ auftritt sozusagen. Das zeigt sich dann auch im nächsten Punkt, was er zum Beispiel auch sehr stark vorangetrieben hat, ist die Implementierung für Hireview-Interviews, also die Video-Interviews. Das ist bei den großen Investmentbanken inzwischen überall eigentlich der Fall, dass du erst, nachdem du die Online-Tests durchlaufen hast, bevor du zu einem richtigen Interview eingeladen wirst, erst noch solche sogenannten Hireview-Videos durchlaufen musst. Da war er ein großer Vorantreiber. Und was er auch noch gemacht hat, ist, er hat ein Real-Time-Performance-Review-System bei Goldman Sachs noch stärker implementiert. Er ist gerade auch dabei, die Firmenkultur noch ein bisschen stärker zu verändern. Er spricht öffentlich davon, die durchschnittliche 90-Stunden-Woche auf so eine 70- bis 75-Stunden-Woche zu reduzieren. Ausgenommen, sagt er, wenn gerade ein Live-Deal ansteht, dann ist es vielleicht auch gerechtfertigt, wenn man noch ein bisschen mehr einfach machen muss. Und was jetzt für dich als Bewerber natürlich interessant ist, ist seine Meinung dann von, was Bewerber mitbringen müssen, die zu Goldman Sachs wollen. Und da ist von ihm ein Zitat, Bewerber sollten wissen, wie man schreibt und wie man öffentlich spricht, sollten Accounting verstehen, and never lose sight of what you are passionate about. Das heißt für dich im Großen und Ganzen, setz dir jetzt klare Ziele, fokussiere diese Ziele an, verliere diese Ziele nie aus dem Blick und sorg aber gleichzeitig dafür, dass du in Accounting im VIVI-Studium gut aufpasst. Was treibt David M. Solomon sonst so in seiner Freizeit? Also er ist sehr aktiv im Board of Directors der Robin Hood Foundation, das ist eine Stiftung, die Armutsprobleme in New York bekämpft. Des Weiteren, das ist auch etwas, was ich im Intro schon gesagt habe, ist er seit einiger Zeit als DJ D. Sol aktiv. Ja, also er legt gelegentlich in Nachtclubs auf oder ist beispielsweise auch auf Festivals ab und zu unterwegs in New York, in Miami, in den Bahamas und er remixte beispielsweise Pink Panther Theme und Don't Stop von Fleetwood Mac und das hatte irgendwie 550.000 monatliche Hörer auf Spotify. Sprich, er versteht definitiv auch etwas vom DJ-Handwerk. Ja, und aus seinen DJ-Tätigkeiten da, um das auch nochmal so als Fakt mit aufzunehmen, spendet er alle Einnahmen. Zwei verrückte Geschichten von ihm haben wir bei unserer Recherche auch gefunden und zwar zum einen kaufte er 2004 ein Anwesen in Colorado für 4,1 Millionen Euro und listete es 2016 für 36 Millionen Euro, sprich, Häuser flippen kann er auch ein bisschen und eine zweite verrückte Geschichte ist auch, dass einer seiner Sekretäre einmal aus der privaten Weinsammlung von David M. Solomon 500 Flaschen Wein in einem Wert von 1,2 Millionen US-Dollar gestohlen hat, damit dann acht Monate lang geflohen ist, also auf der Flucht war irgendwie mit Stops in Casablanca, Marrakesch, Buenos Aires und Rio de Janeiro und dann festgenommen wurde und ein oder ganz kurz vor seinem Gerichtstermin aus einem Hotelzimmer nackt sich herausgestürzt hat. Das ist eine komische Geschichte, aber das sind so ein paar verrückte Sachen, die man findet, wenn man sich ein bisschen über David M. Solomon informiert. Jetzt hast du da auf jeden Fall einen etwas besseren Einblick von diesem wirklich auch sehr wichtigen Mann und falls dir dieser erste Einblick gefallen hat, also auf jeden Fall mal einen Daumen hoch da und abonnier auf jeden Fall mal unseren Pumpkin-Kanal. Wie gesagt, das war jetzt hier das erste Video in diesem Format mit sehr vielen Informationen und jetzt gerade ist auf dem Pumpkin-Kanal auch ein zweites Video online gekommen, wo wir über die Entstehungsgeschichte von Goldman Sachs sprechen und da werden in sehr, sehr regelmäßigen Abständen sehr gut recherchierte Videos regelmäßig online kommen, von denen du einfach nur profitieren kannst. Von dem her, schau da auf jeden Fall mal vorbei und lass auch dort ein Abo da und schreib mal gerne auch deine Meinung unten in die Kommentare, was du von diesen neuen Formaten hältst. Wie gesagt, du kennst noch gar nicht alle Formate. Wir werden solche Formate, wie gesagt, zu bedeutenden Persönlichkeiten machen, zu Unternehmen, aber auch zu gewissen Branchen, zu News wird es ein regelmäßiges Format geben und schreib uns da gerne auch unten in die Kommentare, zu was für Personen du beispielsweise weitere solcher recherchierten Einblicke haben möchtest und so weiter, dass wir da wirklich genau wissen, mit was wir dir helfen können. Von dem her, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, viele Grüße, dein David.